So, herzlich willkommen zurück, meine Freunde, ich bin's, euer Kumpsen. Wir haben beim letzten Mal sehr gewaged gecreddet, weil ich hatte echt keinen Bock mehr. Wie KI mich alle erforslang entdeckt hat, durch nichts und wieder nichts. Jetzt versuchen wir jetzt mit dem Part besser zu machen. Ich schwöre, dass wir das jetzt besser hinkriegen und... Ach komm! Das geht auf jeden Fall schon mal gut los. Boah, nein, ich bringe mich selbst in die Luft. Wenn die alle so blöd sind... Okay, wenn das so läuft, das wäre so fisch. Oh, hoffen, 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 hoffen. War's das? So, den Hammer, den Hammer, den Hammer. Jawoll, Hammer, schönen Kopf ist es hier. Ich glaube, wir haben es diesmal geschafft, dank... ...ausser zu der KI. So, jetzt noch ein bisschen Munition für die... ...MP-40-Sonne. Auf jeden Fall, das ist geschafft. Nazi-Gold. 7 von 100. Wahnsinnig, wie? Aber ich mache mir eigentlich aus solchen Sachen gar nichts. Jetzt ist auch hier offen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier langen müssen. Ja, hier müssen wir langen. Okay, da ist die Schweinebacke. Die wir jetzt eiskalt ausschalten. Das wird ein schöner Schuss. Das wird ein schöner Schuss. So, wo steckt der ober Nazi? Da drüben. Können wir den irgendwie per Explosion ausschalten? So, komm. Das gibt einen Doppelkopfschuss. Oh nein, leider nicht erwischt. Und tschüss. Das war's. Zack, noch ein Nazi ausschalten. Okay, jetzt lieber raus. Nichts wie weg. Okay, hier können wir nicht raus. Thank'um. Yeah, ich bin now. Okay. Das war's. Okay. Zack, die fliegt auch relativ gut. Oh, schönes Gebäude. Oh. Oh ja. Oh, knapp daneben. Oh, jetzt versteckt er sich. Na komm raus. Komm raus. Jawohl, der Hammer. Oh. Noch irgendwo einer? Verlassen sie das Gebiet. Ne, jetzt haben wir noch. Ach, hier geht's lang. Die hätten wir da drüben gar nicht ausschalten müssen. Na. Nicht so, meine Herren. Fällt mir noch gar nicht. Boah, jetzt elende Wege laufen hier. Weg runter. Dumm, 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 dumm. Ist das noch ein Nazi-Golf? Nein. Er ist hier irgendwo. Er ist hier irgendwo. Ja. Oder Nase. Oha. 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 Ja. Oha, Dominik. Oha. 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 Wertisch. digging, dug nu, dug in. ich werde dich finden aber ich finde ich eher so, ein bisschen aufgesammelt so, wo ist der Rest von den Leuten hier? da waren das wohl die Einzigen zurück ah ne, ich habe keine Lust mich mit euch anzulegen laufen wir ein Hase, laufen wir ein Hase und raus, ja, geschafft, sehr schön es ist vorbei so, haben wir die Mission auch geschafft oh Gott, bin ich froh, dass es vorbei ist das letzte Ziel war Wolf aber ich hatte keine Ahnung, wo er sich versteckte ich wusste, dass die Russen einen Sonderbefehlsposten in Ostberlin hatten vielleicht stand er mit ihnen in Kontakt ich packte meine Sachen und ging hinaus folgte dem Kampflärm und dem Dröhnen des Panzerfeuers es war so ziemlich der gefährlichste Ort zu dem ich gehen konnte aber ich brauchte Antworten und ich konnte sie nur so erhalten und ich konnte sie nicht mehr mit dem Kampflärm und dem Kampflärm und die Menschen in der Kampflärm und dem Kampflärm und dem Kampflärm und dem Kampflärm Aber gut. Soll uns jetzt nicht aufhalten. Wir können es ja erstmal... Oh. Nein. Nein. Geh weg! Geh von der Wand weg. Oh. Ja, Leertag ist das ja dann. Okay. Nice. Sackgasse. Da war ja jemand. Da sind Schweinebacken. Das müssen wir auf jeden Fall erledigen. Ja. 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 Das klingt sehr nah. Oh. Okay. Da oben. Zack. Ivan. Ich... Oh. Nochmal Gold gefunden. Sehr schön. Nö, komm ich nicht. Kommt, die mal wollen, dass ich hier rauskomme. Die wissen doch genau, dass ich mich töte. Wird doch nicht blöd. Ist hier irgendwo. Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Okay. Ich muss dahinter. Das heißt, da lang. So muss man ganz ausruhen. Vielleicht kommen wir da irgendwie weiter. Ohne groß den Feind jetzt auf uns zu hetzen. Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich hier langlaufe. Ist das eine Panzerfaust? Okay. Da lag tatsächlich Anti-Panzerfaust-Munition rum. Jetzt müssen wir irgendwie aus den Gebäuden noch raus. Aus der Gasse. Oh, ist schon besser. Ja, eine Klettermechanik, die gerade... Wie gibt es an sich? Eine Klettermechanik, die gerade nicht funktioniert. Das ist schön. Ach, manchmal... Liebe Spiele einfach nur für ihre Inkonsequenz. Okay, hier ist kein großer. So, jetzt zeigst's. Psssssssss. Ich auch ganz leise. Da oben ist einer. Oh, der hat sogar noch einen Kollegen. Oh. So, komm, kreuzt euch noch mal. Ich will 2 mit einmal aus. Am besten wäre 3 mit einmal. Das scheint wohl nicht zu passieren. Oder? Oh, es gibt sogar einen Fernklass! Oh, nicht schlecht! Hier hat mich doch von uns irgendjemand gesehen. Ah, da ist er wieder gekommen. Hier, was? Ja, natürlich! Ayo! Oh, fuck! Da oben ist auch einer! Diese Russen, Alter! Wie ein Lux! Oha! Panzer! Oh, nein, 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 nein! Oh Gott! Zack Haha, diese dämliche KI Ehrlich, ich gucke mir die Stunden lang zugucken Oh, die haben wir sogar Oh, sein Kollegen nur gestreift Oh, da hat jemand geklappt Oh, da hat jemand geklappt Da entdeckt er mich, ne? Na komm KV-1 S Das kann doch der Stalin-Panzer sein Der ES-Panzer Oha, das galt mir Ne, hier sollten wir Doch sehen, dass wir Land gewinnen Die blöde Panzer fährt aber auch so, dass ich ihn nicht treffen kann Ach, ja Ach, ja Ach, gibt's denn das? Da wurde ich drauf geschissen Wir finden unseren Weg auch so Wir finden unseren Weg auch so Jawohl Oh, Alter, die spawnen ja hier Alter, was war das denn? Wären wir ja, Gott, nochmal Das war ja Jetzt weniger schön Na gut, wir wissen ja jetzt Bescheid Kannst nicht mal eine Granate werfen Scheiße Ey, Leute Zack Hat keinen getötet Hat keinen getötet Ach komm Das kann mir doch keiner erzählen Ja.. Ja Ich kann auch durch Wände seit neustem schießen Also Die Russen können gerade mehr als ich Das ist schön Also ich hatte das Spiel irgendwie Irgendwie besser in der er Besser in der er Besser in der er ja ist logisch ey ohne scheiß ich glaube ich schmeiß den pc gleich hier aus dem fenster es kann ja wohl nicht wahr sein ja 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 Zack! Nichts, wir weg hier. Okay, das ist wenig aufschönen. Okay, wir müssen da unten lang. Oh, durchs Auge. Zack! Ich muss gerade Angst haben, wenn du denkst, dieser Weg wird kein leichter sein. Okay. 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 Also ganz ehrlich Vorher! Assiste ihn! Was? Versuchen Sie mich zu verwirren. Oder wie? So, das scheint es jetzt gewesen zu sein. Ich wollte gerade sagen, will ich da nicht an so blöden Typen noch scheitern ja. Oh, anscheinend doch. Viel war das nicht, aber es war genug. TABUN war ein Nervengift, stark und tödlich. Atme es ein, berühre es, schau es einfach nur an und du stirbst einen grausamen Tod. Wolf war der Architekt des Plans, ein chemischer Waffenspezialist. Er half den Russen, die letzten der V2-Raketen Deutschlands mit dem Zeug zu füllen. Ihr Ziel, London. Die listigen roten Bastarde würden es wie Deutschlands letzte Rache aussehen lassen. Wolf zu töten musste warten. Es gab Wichtigeres zu tun. Ich musste den Start aufhalten. Ich hoffe jetzt, dass die Aufnahme nicht bei euch total verruckelt ist. Weil ich hatte gerade hier einen FPS-Einbruch von auf 14 oder so. Aber ich würde meinen, wie es weitergeht, ob wir Wolf finden, töten, aufhalten, die V2 besiegen, erfahrt ihr am nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Euer...